Der i-Walk. Die Bühne gehört dir. Danke schön, Arthur. Bitte vorne auf die Linie. Genau, du bleibst noch und kriegst noch deine Vergleiche. Trotzdem noch. Deine vier Drehungen kannst du noch eigenständig durchführen. Und der Arthur kriegt bestimmt auch noch einen Applaus. Heute allein aber sieht super aus. Über 40 Jahre alt. Und unser Master Men's Physik am heutigen Tag. Danke schön. Arthur, darf ich dich fragen, wie alt du bist? 2 Monate 49. 49, super. Immer noch auf der Bühne. So wollen wir das sehen. Schubt euch auf, erstmal alle auf die Bühne. Alle auf die Bühne. Unsere Mensch-Physik-Klasse 1, 2 und 3. Unsere Maskular Mensch-Physik-Klasse. Unsere Masters-Männer-Physik-Klasse. Unsere Fitness-Figurathletinnen. Und unsere Frauen-Physik-Klasse. Jetzt wird's direkt hängen. Jungs, zweite Reihe. Gleich nachschließen. Genau. Alle hoch, alle hoch. Das ist auch nochmal ein schönes Bild für die Fotografen. Nicht verstecken. Florian, auf geht's! Es kommen nochmal ein paar, was wir denken. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Genau. Wir schließen alle auf. Und dann dürft ihr auch alle nochmal eine Pose machen. Die Bühne gehört euch unter der ersten Block der Bayerischen Meisterschaft. Euer Applaus! Super! Vielen Dank! Die Kampfrichter konnten auch nochmal alle Musik auf euch werfen. Wir sehen uns jetzt gleich nochmal zur Siegerehrung. Ihr dürft jetzt alle nochmal runter von der Bühne. Und dann sehen wir uns gleich zur Siegerehrung nochmal wieder. Da kommen viele Wochen Vorbereitung aufeinander, wenn man bis alles zusammenrechnet. Viele Packungen Reiswaffeln. Die letzten zwei Wochen mit Sicherheit ganz, ganz viel trinken. Wie viel hast du zum Beispiel getrunken jetzt die Woche? Die Woche? 50 Liter. 50 Liter. Ja, so ist das normal beim Entwässern. Alkoholiker sagen gerade. Ja, genau. Aber so ist das beim Entwässern. Ich war leider alleine in der Klasse. Aber wir haben es ja gehört. 49 Jahre jung. Unser Arthur Sikorski. Komm auf die Bühne. Superform. 49 Jahre jung, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Unser Bayerischer Meister der Masters. Men's Physikklasse. Over 40. Und Arthur, für dich geht es jetzt auch nochmal weiter. Bei der Deutschen warst du schon wahrscheinlich. Genau, du warst bei der Masters Deutschen auch. Gell? Ja, ja. Warst du da gleich wieder? Nee, war ich noch nicht. Warst du noch nicht? Dann musst du nächstes Mal quasi jetzt zur Masters Deutschen. Nächsten Jahr. Ja, klar. Super. Da freuen wir uns auf dich. Gute Aufbauspause. Und dann sehen wir dich wieder. Tschöön. Tschöön. Tschöön.